Mit einer neuen Technik ist es in ARCHICAD 13 möglich, den gesamten Arbeitsbereich zu drehen, während die Projektkoordinaten konstant bleiben. Dies ist vor allem bei Baukörpern wichtig, die aus dem orthogonalen Raster gedreht sind. Die Drehung wird im Ausschnitt gespeichert. Ein gedrehter Arbeitsbereich kann somit mit der gleichen Drehung im Layout platziert werden. Alle Dokumentationselemente wie Raumstempeltexte, Bemaßungen, Texte und Etiketten können sich der Drehung anpassen. Ihnen steht es mit der Winkeloption zur Wahl, ob die Elemente der Drehung folgen sollen.